Potato, potato, tomato, tomato, let's call the whole thing off. Lost in Translation. Ich möchte mich unserer heutigen Hausaufgabe auf bildungsbürgerlichem Wege nähern, indem ich a. auf die etymologische und b. auf die religiöse Dimension von Translation aufmerksam mache. Translation, das kommt vom Lateinischen translatio, also trans, hindurch, jenseits, und dem Partizip 2 des Verbs ferre, und ferre meint bringen, tragen. Translatio bedeutet also ganz nüchtern etwas hinübertragen, von einem Ort zum anderen bringen. Und genau das ist es, was das Kunstsystem des 20. Jahrhunderts kennzeichnet. Schrittweise hat man sich von der Genieästhetik verabschiedet, von der Vorstellung, es gäbe so etwas wie eine Creatio ex nihilo, oder genauer gesagt eine Schöpfung der Gottbegnadeten und Naturbegnadeten, und hat sich stattdessen auf vielfältige Varianten des Ready-Made-Prinzips verlegt. Das bedeutet, man erfindet nicht mehr Neues, ist eigentlich alles schon da. Innovation geschieht durch Verschiebungen, durch Hinübertragen von etwas an einen anderen Ort. Also das ist das Ready-Made-Prinzip, die Innovation findet statt, durch Translatio. Und genau in diesem Zusammenhang könnte man auch von Lost in Translation sprechen, denn das Ready-Made-Prinzip scheint mir doch etwas in die Jahre gekommen zu sein. Man verschiebt munter Dinge von A nach B und von C nach D. Aber das handelt sich doch um einen etwas lehrläufigen Prozess, wie mir scheint, der nicht zuletzt viel mit den Überflussgesellschaften, den Massenkonsumgesellschaften zu tun hat, wo es eben so viele Dinge gibt, dass man gar keinen Bock mehr darauf hat, neue Dinge zu erschaffen, sondern eher eben so ein Existenzkurator ist, der so ein bisschen das Vorhandene hin- und herschiebt und Neuarrangements vornimmt. Die zweite Dimension, die religiöse Dimension, ist eng verwandt mit dem, was ich gerade erläutert habe. Translatio ist auch ein religiöser Begriff. Er bezeichnet die Überführung von Reliquien oder Gebeinen von einem Ort an den anderen. Berühmtes Beispiel Venedig, 9. Jahrhundert nach Christus. Die Gebeine des heiligen Markus werden illegalerweise von Alexandria nach Venedig überführt, wo sie eine neue Bedeutung annehmen. Und genau das ist, was ja auch bei Übersetzungen ganz allgemein passiert. Es gibt eine gewisse Kontinuität und Stabilität des Bedeutungsgehaltes und es gibt eine neue Bedeutung. Und genau das war in Venedig der Fall. Markus wurde dort zum Signature Brand dieses aufstrebenden Staatswesens und hat gewissermaßen auch eine Profanierung erfahren. Das heißt, man könnte sagen, dass die beiden Kaufleute, die da angeblich die Gebeine geklaut haben, in Alexander Arm, Wegbereiter des Ready-Made-Prinzips sind. Natürlich ohne das zu wissen und ohne das zu wollen. Aber hier sieht man sehr schön, wie so im doppelten Boden nach einer jeder kulturellen Form eben religiöse Restbestände schlummern.